eine wunderschöne da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zum neuen video vom ersten bis zum letzten stich wir machen jetzt mein oberarm so ein verfuschter totenkopf hier oben ist die haut da ist der totenkopf da will wolle ein also wolle ist mein tätowierer das wisst ihr ja schon mittlerweile in eba draus machen ich bin sehr überrascht und gespannt und dann werde ich euch noch was zeigen dafür muss ich meine kamera hier noch mal kurz ab machen die haben wir schon gemacht und jetzt werde ich euch das mal kurz zeigen das ist schon ein cover ab also in cover ab haben wir schon gemacht die kann ich euch mal zeigen so da habe ich aber nicht aufgenommen weil ja den vorsteller druck vorher drunter war den wollte ich nicht unbedingt auf dem video sehen ihr seht das gerade noch ein bisschen ich werde bei facebook dann natürlich auch wieder bilder posten schöne schwarze witwe ja also da kann ich euch sagen am fuß unten da zeigt schon wie die hölle aber das war jetzt auch ich mache nachher noch mal wenn wir hier die outlines drauf haben und so und die grundlinien und dann werdet ihr auch überrascht sein so wie eke jo und da bin ich auch schon wieder so ich zeige euch mal das ist eigentlich das schwarze das ist wie gesagt der fuß der feuer da war und da wird jetzt ein wildschwein gemacht kommt ja auch in der nordischen mythologie vor öfters sogar und da ist die schnauze da oben ich bin mal gespannt wie wollte das hinkriegt bin da mal sehr gespannt und dann seht ihr ja dann ist ja auch nicht mehr allzu viel platz bei mir auf dem arm und dann nimmt der arme jetzt schon mal der linke arm schon immer mehr form an jo ich halte euch wie gesagt auf dem laufenden wir fangen jetzt auch gleich an wir sehen uns gleich wenn wir die outlines so drauf haben und so nach und nach muss ich gucken wie wir pause machen werde ich dann auch noch mal video aufnahmen machen bis dahin einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer rodin ja das tatoo video habt ihr merkt das ist diesmal etwas kurz geworden und ich möchte euch jetzt nach ein paar tagen mal so das endergebnis zeigen wie es jetzt aussieht da muss ich erstmal meine socke runter machen dass ihr das sehen könnt könnt da so mal den die spinne sehen also die bene gehen jetzt wie gesagt hier noch weiter rin ja es ist super verheilt so sieht man jetzt mit dem bildschirm sehe ich gerade echt schlecht aber es ist gut geworden und das ist gut verheilt ja und oberarm kann ich euch auch zeigen sieht jetzt so aus kann man schon da jetzt das auge erahnen und die schattierung seht ihr das auf der seite auf der seite seht ihr das noch nicht so kann ich mal so machen dann könnt ihr noch ein bisschen erkennen und hier also cover up kann ich euch sagen tut definitiv mehr weh als normal tattoo ich bin mal gespannt wir haben uns für ein wildschwein entschieden da man den halb verkrüppelten totenkopf damit am besten weg bekommt ich habe mich da komplett auf meinen tätowierer wolle verlassen da bin ich jetzt mega gespannt wie das jetzt wird hier wenn das komplett fertig ist ich habe mir entschieden noch wo die sitzung vorbei war weil wir wollten die äste ja sowieso weiter hochzimmern wir werden die jetzt komplett hochziehen über den ganzen arm bis hier kurz vorm schwein bis hier kurz vorm schwein und da kommt ja noch der kragen rum also das schwein kommt dann ach mach ich mal so das kommt ja dann etwa bis hier runter und dann wollen wir hier unten noch so ein paar wolken machen so einen kleinen abschluss sozusagen aber halt dass die wolken nicht so ins schwein rin kommen sondern so dazwischen sind so weil der lebensbaum der geht ja auch durch die wolken durch und da werden wir die äste jetzt hier hochzimmern und ich hatte dann halt die idee dass wir die dann ins schwein mit übergehen lassen praktisch so wie hier unten vorm totenkorb so könnt ihr das besser sehen vorm totenkorb praktisch in den baum hochgehen und so werden wir das mit den ästen auch machen dass wir die äste dann praktisch ins schwein rin gehen lassen und ums schwein rum und auch hier in die in die innenseite und da will ich noch den wikigen kompass und das hexenzeichen haben das wird dann jetzt noch nicht so weit sein wir wollen jetzt erstmal am 21. habe ich die nächste sitzung da wollen wir die äste erstmal weiter hochzimmern und den arm so weiter voll machen nach den ferien weil ich mache dann erstmal auch pause für einen monat und wenn meine tochter dann in der schule ist ich habe auch schon den termin dafür da werden wir dann anfangen wahrscheinlich den arm weiter zu machen und gleichzeitig in dem monat auch noch eine sitzung für nachstechen da werden wir dann wahrscheinlich mit dem totenkorb anfangen oder wir werden den rechten erstmal den linken arm nehmen oder die armen das wissen wir noch nicht wir werden jedenfalls anfangen dann langsam nachzustechen und der kommt dann danach dann dran wenn der arm fertig ist oder zwischendurch rum kommt das hier noch weiter gemacht da haben wir uns jetzt nicht so einen plan gemacht wir wollen uns jetzt erstmal auf den linken arm konzentrieren dann wartet jetzt auch erstmal ich habe wie gesagt am 21. also ein paar tagen habe ich das über eine woche noch hin über eine woche habe ich die nächste sitzung und da werde ich zwei videos machen das hatte ich ja schon mal angekündigt einmal das tattoo video und dann ein ganz kurzes zweites video noch das wird auch separat hochgeladen das könnt ihr euch auf was freuen ich habe da was im plan mal gucken ob das so klappt wie ich mir das denke das wird jedenfalls toll ich werde mich jetzt erstmal verabschieden der Koffer hat euch gefallen seid doch beim nächsten Tattoo Moment dabei oder nächsten Tattoos je nachdem was wir machen mal gucken ich bin erstmal weg Ahoi sagt euer Odin